Ja, hi Leute, hier ist wieder euer Mofa-Bärchen. Ich grüße euch, wir sind gerade ein bisschen hektisch unterwegs, denn die warten nämlich alle auf mich. Und heute ist nämlich wieder mal der liebe... Ja, jo, ich bin auch dabei. Koti dabei, genau. Okay, ja, wie gesagt, die warten alle auf mich. Ich hoffe, die sind jetzt auch... Die sind T1 und T2. Der was? Die sind T1 und T2. Ich habe extra geschrieben, die sollen in T4 kommen. Okay, aber lieber mein Held Marv und wer war der andere? Oh, der ist echt Tier 1, scheiße. Der Chrismy? Der Chrismy, der ist Tier 4, aber der andere, mein Held Marv, ist tatsächlich Tier 1. Ja, den muss man nächste Runde raustun, weil du wolltest Bossen-Miner mitnehmen. Ach, habe ich den Fall schon mitgenommen? Ja, anscheinend. Ich habe gedacht, das war der. Ja, okay. Äh, ja gut, wohin geht's denn? Kack, ist so süß. Wo ist er denn? Der hat mein Panzer nachgebaut. Awesome! Mein Panzer. Awesome! Meiner zieht nach Lenkst, der ist von dir. Das ist nochmal. Hey, da ist noch Chrismy und sein Fliegelding. Okay, seid ihr alle ready? Jo. Dann fährt Moe vor. Alter, das kann aber nett sein. Schau mal, wie der sich dreht. Rail Tank spottet. Rail Tank spottet. Medic Hovers spottet. Okay, wir fahren trotzdem mal vor. Es tut mir lieber leid, lieber Chrismy, aber das ist tatsächlich nicht normal, dass er sich so hardcore dreht. Also ich habe den ja auch lange, lange, lange Zeit gespielt. Aber dass er sich echt so, so hardcore dreht, dass du schon fast nicht vom Fleck kommst, das ist schon eigentlich nicht normal. Da musst du vielleicht echt nochmal in den Bauplan schauen, ob da irgendwas vielleicht verkehrt gelaufen ist. Oder vielleicht schleift irgendwas auf dem Boden ein Schild oder dein Umwerkgerät oder sowas. Ich weiß schon, worauf der Kack jetzt hinausgeht. Oh, da ist Heiler, Heiler. Oh, da hat es gescheppert schon. Meint, das ist eine Rail? Ich höre den Heiler. Oh, der hat alles verschossen, Kack. Geh runter. Sehr gut. Ja, ich habe keine Bronte mehr. Oh, da hat jemand neben mir schon nochmal geschossen. Denk weg ich. Ich bin fast down. Kann nicht mehr lenken. Vielleicht kriege ich den auch noch. Oh, shit, komm schon. Ich kann nur noch geradeaus fahren. Poti, ich brauche hier Backup. Ich habe einen... Daunt ist mittig, ganz viele mittigs. Ja, da sind viele, da sind viele. Ich komme. Ich habe keine Bronte mehr. Oh, shit, komm schon. Wir senden unsere Jungs. Oh, warst das du? Ja. Sehr schön. Ja, du, dich kann leider nicht mehr lenken. Aber ich fahre nach vorne. Das ist schon mal ein gutes... Hier links sind ganz viele. Und Daunt ist er. Sehr schön. Da ist nur noch eine drauf. Oh, komm schon. Der ist gleich down. Sehr schön, Koti. Jupp. Lass mich capturen. Los, los. Oh, schaut mein Wagen aus. Von oben voll durchlöchert. Nein. Ich kann nicht lenken. Ja. Ja. Wie hieß er? Wer hat jetzt den Panzer nachgebaut? Das war der... Marv. Wie hieß er denn? Marv. Ähm. Jetzt muss ich schauen, wie er heißt. Mein, der... Mein, der Marv. Ich kann das jetzt hier nicht gescheit lesen. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, du musst echt nochmal den Bauplan nachschauen. Also mein Panzer, der ist echt, ähm, ziemlich gut gefahren. Er ist zwar hier manchmal aufgeschliffen, gerade auf dieser Map, dass es manchmal mit den Rädern hängen bleibt oder mit der Verkleidung hier an der Seite. Aber grundsätzlich ist er eigentlich schon sehr, sehr gut gefahren. Nur mal so nebenbei. Jetzt muss ich ihn jetzt vielleicht nochmal schreiten. Ähm, jetzt muss ich ihn nochmal ins Blatt tun. Oh. Rebooting Lobby sind fünf Minuten. Okay. Nein! Was passiert? Oh mein Gott. Wir wurden aus den Lobby. So eine Kacke. Jetzt wird natürlich irgendwas vom Game gestartet. Das heißt, wir sind jetzt mitten in der Aufnahme gekickt worden. Super Robocraft Team. Dev Team. Genial. Ne, okay. Kann ja mal passieren. Ja, dann warten wir halt so lange. Was machen wir denn so lange, Kacke? Ähm. Ähm. Ja, jetzt hat mein Leben keinen Sinn mehr. Ja, es geht mir auch so, muss ich ehrlich sagen. Entweder verbringen wir fünf Minuten mit Quatschen oder musst du die Aufnahme abbrechen. Weißt du, was ich jetzt mache? Was machst du? Ich zocke jetzt Minecraft. Ernsthaft? Ja, es ist gerade so auf meinem Desktop. Oder ich könnte Virenscan machen oder so, ich habe keinen Dunst. Ja. Ne, ich kann jetzt hier kein Minecraft zocken. Ähm. Ja, was könnte ich denn sonst noch euch auf die Schnitzel zeigen? Ehrlich gar nichts. Ja, ich mache einen Cut dann. Scheiße. Ja, Leute, da sind wir auch schon wieder. Wir hatten ja kurz einen, ähm, hier einen kurzen Restart von Robocraft mussten wir machen. Okay, und wir haben auf jeden Fall unsere Lobby voll. Ich zeige euch mal ganz kurz, wer dabei ist. Natürlich ich. Der kleine Kacke ist dabei. Der Malun, wie immer, ist auch dabei. Und der Chrismy, mein guter alter Namensvetter. Und jetzt gehen wir einfach mal, oh, natürlich nicht da rein, sondern ins Doppelbe. Und dann gehen wir gleich mal betteln. Battle. Bäschen. Ah, ich bin auch noch da. Hallo. Ach, genau. Der Kacke ist natürlich auch noch da. Ich habe es sogar selber vergessen. Ja, ich habe es auch vergessen. Aber ist nicht so schlimm. Ähm. Ja, was gibt es Neues? Es gab einen Verkehrsopfer in der 53. Ne, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, wie gesagt, also Server waren gerade ein bisschen down. Und deswegen mussten wir jetzt nochmal neu starten. Und deswegen ist es jetzt ein bisschen unorganisiert. So, und da geht es auch schon wieder los im Führer-Battle. Jetzt geht es rund. Wir haben einen Tier 2 sogar dabei. Okay, wo sind unsere Leute? Der Malun ist der Middick. Sehr schön. Malun ist hier, wo ist der Kacke? Der Kacke ist hier. Und da ist das Flügelpferd. Das andere ist, grüß mich. Der dreht sich einfach. Es sieht aus wie ein Dartpfeil. Okay, er hat einen... Oh, ist das... Oh, der sieht ein bisschen aus wie der... Wie unser Fun-Card-Code hier. Oh, ja. Den habe ich aber auch immer noch. Der hat zwar jetzt keine Reifen. Der ist super. Wo ist, ähm... Der fliegt. Der fliegt hier hinten. Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Ah, okay. Es scheint ein bisschen Probleme zu haben mit seinem Fluggerät. Ja, vielleicht konnte ich das vorher nicht testen oder so. Ich weiß es nicht. Okay. Hier vorne geht's. Oh, komm schon. Oh mein Gott. Was ist ein Mörderschuss? Oh mein Gott. Ich glaube, solche Luck-Shots. Und dann hat mir noch jemand in die Kommentare geschrieben. Das war die... Oh, da oben ist was? Komm schon. Oh. Oh, shit. Wäre das geil gewesen, hätte ich den getroffen. Ey, dude. Was ist denn heutzutage... Heutzutage? Was ist denn mit mir zur Zeit los? Es geht zur Zeit so dermaßen brutal rein. Es ist einfach Feeling. Oh, das ging jetzt natürlich. Oh, das sind zwei. Geil. Sehr schön, Putin. Der hat aber nicht viel abbekommen. Da rechts um das Eck ist noch einer. Oh, shit. Ich habe nicht... Das ist ein Medic. Das ist ein Medic. Den hole ich mir jetzt. Malon macht gute Arbeit. Oh, ich habe ihn zerlazt. Ja, ich bin runter. Aber hier unten ist kein Eis. Oh, kacke, dude. Wenn ich jetzt halt hier mein Springgerät anmache, dann habe ich Angst, dass ich aufs Eis komme. Oh, oh. Hallo, Mofa. Hallo. Oh, nein. Nicht aufs Eis. Oh, mein Gott. Oh, shit, dude. Ich bin verkehrt rum aufs Eis. Malon ist auch da. Hi, Malon. Ey, was ist denn mit meinem Panzer los? Schau dir das mal an. Ich komme nicht mal auf dich. Ich treibe immer weiter raus. Er hat halt kein Umschmeißgerät. Komm schon, lass mich doch einmal hier ordentlich aufstehen. Ja, okay, ich bin wieder richtig rum. Allerdings wahrscheinlich gleich die Runde vorbei. Ja, Malon ist, äh, no flipping. Ah, 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 ah. Er kann sich nicht flippen. Ja, entweder brezeln wir sie tot oder wir gehen zum Spawn. Ja, Chrismi lebt auch noch. Ich helfe ein bisschen meinem Mate. Okay, ja, ähm, wo haben wir denn hier oben? Ist da jemand? Wo ist denn der Kaki? Oh, du nutzt jetzt hier gerade ganz schön gut weg, glaube ich. Ja, einen habe ich. Äh, der Cody. Bleib mal stehen. Ich weiß gar nicht. Du fährst total schnell vor. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ich dachte, du machst Technik mit Malo. Ja, habe ich auch kurz gemacht. Wie hier jeder T10 ist, zieht ihr das mal rein. Irgendwo höre ich doch ein Middeck. Ach, die gehen runter zum Marlon. Marlon heilt sie wahrscheinlich. Okay. Ja, da war auch was vom Spiel. Jetzt passt auch zum Schluss, hat er mehr Punkte als ich hier. Es ist nur noch einer im Gegner-Team, von daher. Ja, dann gehen wir Caption. Ja. Vielleicht hat er sich irgendwo ver-ver-verpackt. Verheadert. Verheadert irgendwo, ja, auf der Map. Ey, der kleine Scheißer hier. Der Nutz, der... Hast du was gegen Kacke? Okay. Dann drauf mit dir. So. Ja, Marlon ist wenigstens Spieler, der dem seinen Maid nachgeht, wenn er mit im Platoon ist. Und das so muss das sein, dass man nicht mal einsatzt. Da ist aber der andere Typ, der... Äh, wie hieß er? A-S-D-W-R. Oh ja. Hat es eigentlich auch geil gemacht, muss ich sagen. Die spielen eigentlich sehr, sehr gut im Team. Was man vom Kacke jetzt halt nicht so... ...so sagen kann. Wo ist denn der Chrismy? Ich seh den gar nicht. Der ist nicht... Oh, doch, er ist tot. Achso. Er hat es gerade gesagt. Yes, Victory! Schau dir das an und wir pushen hier Marlon nach oben. Marlon. Hier 10. Ja. Okay, das waren 3.900 bla bla bla. Okay, Ranked Battle. Oh, Ranked Battle. Da gehen wir gleich rein auf die Schnelle. Ja, warum macht sich Marlon kein Umwerfgerät drauf? Marlon? Kein... Kein CPU-Flop. HG, Hunger Games. Hab ich... Oh, warte mal, da schreibt jemand im Platoon. Go Ranked Mom. Das ist mit M. Ranked. Ranked. Okay. I want your main chick, main chick. I'm a Barbie girl. Das ist der Europa-Beat. Muss gleich weg, Abendbrot. Wie viel Uhr haben wir denn? 20 Uhr. Hallo? Oh. Der hat es jetzt angepackt. Ja, okay. Eins kann er schon drücken. Ja, jetzt geht es kein Zurück mehr, ja? Ah, ich sehe schon. Der Kacki, der hat mir sogar noch geschrieben. Was? Über WhatsApp. Sehe ich gerade. Yo, kein Thema. Wie lange ist denn das schon her? Weil den Malu hat sich jetzt nur noch der Umwerfdinger aufs Auto gebracht. Echt? Das muss ich mir jetzt anschauen. Ist das geil. Alter, hat er viele drauf. Der hat ja hier auch noch welche drauf. Umwerfgeräte. Wo seid ihr eigentlich alle? Hinter dir. Ah, super. Acht. Chris, wir glauben wir können... Mit mehr Umwerfgeräten springst du höher? Das weiß ich nicht. Ich frage mich auch, ob mehr Jammer irgendwas bringen oder mehr Radar. Ja, habe ich auch schon gesehen. Mehr Radar oder mehr... Ja, auch diese Jammer haben die ja teilweise zwei, drei Stück drauf. Okay, wir haben hier oben links einen. Und wo ist denn der Chris? Ist der schon raus? Nee, er fliegt irgendwo. Jetzt fliegt er vom Spawn los. Ah, okay, der ist da gleich hinten. Genau, ein Blick aufs Radar sollte. Oh, jetzt hätte ich ihn fast runtergerammt. Oh, jetzt... Würdest du lachen, würde ich ihn runterrammen? Nein, oh mein Gott! Ich habe dich gesehen, du bist von weggebrechen. Oh mein Gott, ich bin ganz runtergefallen. Kommst du wieder hoch? Ich glaube es nicht, ich weiß es nicht. Oh, nein, ich springe noch weiter in die Felsen rein. Oh nein! Oh nein! Kacki, Hilfe! Warum fliegt er denn auch weg? Oh, ich habe einen Kill. Nicht, ne? Das wird nichts. Oh nein! Ich verpacke mich immer mehr. Ja, warum kann er nicht da vorne springen, immer nur nach hinten? Jetzt klemme ich ganz und gar fest. Ich wollte ihn noch runterdrängen und denke mir, ja, wäre das lustig jetzt. Grüß mich, hat voll das lustige Flugzeug. Oh nein! Help! SMG Tank spottet. Ich springe mich von einer Spalte in die... Oh, oh, shit! Das war gut! Toll, und jetzt ist die Runde vorbei. Jetzt bin ich bereit. Ja, komm schon. Ich bin frei!